Was hast du mit CERIC in der Praxis? Ich habe seit 2004 CERIC in der Praxis. Ich habe damals die Praxis mit CERIC gegründet. Ich habe es allerdings aber schon kennengelernt an der Uni und fand es beeindruckend. Also schnell scannen, herstellen, schleifen, einsetzen und war an der Uni schon begeistert davon, wollte es unbedingt in meiner Praxis haben und habe es dann auch gekauft und habe damit gestartet. Ich bin nach wie vor begeistert. Die Technik entwickelt sich immer weiter und man entdeckt immer wieder neue Sachen, die man machen kann. Die Materialien entwickeln sich. Es gibt fantastische Sachen, die man inzwischen damit machen kann. Ich denke oft noch an Zeiten ohne CERIC zurück, wie die Versorgungen dort abgelaufen sind. Das heißt, die Patienten sind gekommen, es wurde der Zahn vorbereitet für eine Krone oder ein Inlay und dann gab es einen Abdruck und ein Professorium, was dann natürlich auch des Öfteren mal rausgefallen ist. Die Patienten mussten wiederkommen. Dann ist der Abdruck vielleicht nicht gelungen. Und wenn ich jetzt CERIC sehe, das ist einfach schnell. Es ist in einer Sitzung erledigt. In einer Sitzung geht der Patient fertig raus und es passt. Und das ist so, wie sich der Patient das vorstellt. In der Praxis versorgen wir sehr viele Patienten mit Kronen, Teilkronen, Inlays, Onlays, Tabletops, Veneers und teilweise auch Implantatversorgung. Also verschraubte Kronen oder auch Kronen, die dann auf individuell hergestellten Abutments eingesetzt werden. Das sind so unsere klassischen Chairside-Restaurationen. Mit dem CERIC-System können wir sehr viele verschiedene Materialien benutzen, um die Patienten zu versorgen. Es fängt an bei Zirkonoxid, geht über Glaskeramiken, Lithium-Dieselikate, Langzeitprovisorische Versorgung aus bestimmten Kunststoffen oder eben auch Hybridkeramiken. Die CERIC-Schleifmaschine verfügt über die Möglichkeit, die Zirkonoxid-Rohlinge zu fräsen. Nicht nur zu schleifen, sondern zu fräsen. Und das führt dazu, dass die Darstellung des Randes viel besser dargestellt ist als eine geschliffene Restauration. Und was dann letztendlich auch sich in der Genauigkeit darstellt. Letztendlich können auch Langzeitprovisorien gefräst werden und nicht geschliffen werden. Und das ist ein eindeutiges Qualitätsmerkmal wieder für CERIC. CERIC ist Qualität. Wenn ich daran denke, dass ich kleinste Unregelmäßigkeiten im Frontzahnbereich darstellen kann oder ein kompliziertes Fissurenrelief schleifen kann, dann ist das Qualität. CERIC ist für mich ein fantastisches System. Und ich kann es mir aus meinem Alltag überhaupt nicht mehr wegdenken. Wenn ich daran denke, was für ein Aufwand es früher war, Implantatversorgung herzustellen und heute Scanbody, Schleifeinheit einsetzen, einfacher geht es fast gar nicht mehr. Qualität ist selbstverständlich mit CERIC. Wenn ich an die Randgenauigkeiten denke, an die fantastisch ausgeschliffenen oder ausgefrästen Fissuren, unglaublich.